So, und jetzt können wir endlich alles vernichten, was uns in die Quere kam. Diese Kinder, die man nicht retten kann, müssen vernichtet werden. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Oh, shit! I don't think that's a good idea. Uh oh. Oh, oh! Maria, please! Maria! Oh, Schäden, Meg, Schäden, Alter. Die haben auch einen ganzen Arsch, die Probleme haben. Seht ihr die ganzen roten Punkte, Leute? Seht ihr sie? Ich sehe sie auf jeden Fall. Und das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Oh. Ich glaube, wir sollten nicht schnell verschwinden, denn unten läuft eine Zeit ab. Sturmaufstieg. Sehr schön. Machen wir ja mal ein bisschen mehr Pistole. Zack, zack. Raxi, Baxi. Kann man sein Waffen ein bisschen verbessern. Und Thalia-Maus kann man hier hacken. Okay. Ich mach mal wieder. Okay, geht gerade nicht. What's going on? Ich glaube, hier ist gerade irgendwas in die Luft geflogen. Ich wollte die Pistole auswählen. Hallo? Ich wollte die Pistole auswählen. Danke. Okay, da geht's nicht durch. Wir müssen hier einfach nur schnell raus. Es geht am schnellsten, indem wir den Zug nehmen. Und tschüss, und tschüss, wir gehen. Und tschüss, und tschüss, wir gehen. Komm, ab in den Zug, und los geht das hier. Jetzt haben wir alles bereinigt, Freunde. Aber wir haben ja ziemlich gut gemacht, würde ich sagen. Ja, ich bin ein bisschen stolz auf uns. Aber das können wir jetzt aber auch sein, ja, ne? Da gucken wir mal, ist ein schöner Radbildschirm, ne? Das ist ja wunderschön. Oh, wir sind zurück. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Äh, immer mit der Ruhe. Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir brauchen noch weitere Informationen. Was ist mit Liara Zoni, die Tochter der Matriarchin? Ist sie nicht so eine Art Expertin auf dem Fachgebiet der Proteaner? Stimmt schon. Ihre Mutter hat für Saren gearbeitet. Und sie wahrscheinlich auch. Benesia hat uns am Ende geholfen. Vielleicht kann uns Liara auch helfen. Zumindest sollten wir versuchen, sie im Artemis Tau-Cluster zu finden. Seit wann haben sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Es reicht! Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Wir sind hier fertig. Für den Augenblick alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachen hier auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davon kommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum Ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Man kann nicht einfach so jede Spezies auslöschen, nur weil sie gefährlich erscheint. Wir müssen auch mal ein bisschen nachdenken. Freunde, ein bisschen nachdenken. Jo, wir hauen uns jetzt nochmal ganz kurz im Schiff um. Was ist dieses? Das konnten wir anklicken, Mensch. Wunderbar. Ich bin froh, dass Noveria hinter uns liegt. Ich weiß gar nicht, was übler war. Die Kälte oder diese Unternehmen? Man friert sich dort die Eier ab oder kriegt sie gleich als unfreiwillige Organspende abgeschnitten. Bei allem Respekt, Commander. Ich muss gehen. Danke für deine Einschätzung zu Noveria. Das ist sehr hochprofessionell gewesen, auf jeden Fall. Guck mal, da sitzen zwei Einzelne, die da eigentlich gar nichts tun, weil Joker die ganze Arbeit macht. Aber egal. Öffne die Tür, die irgendwo hinführt. Wahrscheinlich nach unten. Wie es aussieht. Und jetzt... Gucken wir uns einfach mal noch ein bisschen um. Was ist hier los? Was ist hier los? Hier keinen. Was geht? Alles klar? Digga. Er dreht sich so ganz dramatisch um. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ist das eine offizielle Frage, Commander? Oder ganz unter uns? Sprechen Sie. Okay. Sehen wir es offiziell als inoffiziell an. Haben Sie was auf dem Herzen? Ganz ehrlich? Hier stimmt irgendwie alles nicht. Dieser Saren sucht überall nach einem Massenportal zum was weiß ich. Können wir keine Verstärkung beim Rat anfordern? Tut mir leid, Commander. Aber hier wird etwas auf dem Silbertablett geliefert, das ein gewisser jemand einfach nicht erkennt. Wir machen das schon. Ich arbeite lieber unabhängig, als die Vorgesetzten ständig im Nacken zu haben. Versteh schon. Ich denke nur, dass eine Gruppe, die so lange zusammen ist wie der Rat, das hätte kommen sehen sollen. Tut mir leid, wenn ich zu informell geworden bin. Das Protokoll wurde beim BAAT oft genug vernachlässigt. Erzählen Sie mir davon. Biotische Akklimatisierung und aktive Temperanz schaffte es nicht bis zur Schleuse. Für die Kids, die sie dort hinzahnen, war es das Lager Gehirnwäsche. Tut mir leid. Zerren trifft es ja auch nicht. Wir wurden ermutigt, uns einer Einschätzung unserer Fähigkeiten zu unterziehen, damit ein Verständnis für Biotiken erlangt werden konnte. Es gibt schlimmere Ergebnisse von versehentlichem Ausgesetztsein von E-Zero im Mutterleib. Es schlägt sogar die Hirntumore, mit denen einige der Kids aufgewachsen sind. Ist es fraglich, wie sie dem ausgesetzt wurden? Meine Mutter war den Strahlen eines Transportunfalls ausgesetzt. Das war noch bevor es menschliche Biotika gab. Kurze Zeit nach der Entdeckung der Marsruinen. Es wird nur um 63 etwas ungewiss, als Kornetix die Subjekte der ersten Generation ausgingen. Bis dahin hatten sie sich auf Unfälle verlassen. Eine Handvoll Männer in Anzügen stand nach der Schule vor der Tür. Und dann war man schon auf Jump Zero. Jump Zero ist weit weg von der Heimat. Wie war das so? Der große Zugang zur Menschheit sieht auf Videos um Längen besser aus. Aber das ist mein Päckchen, das ich zu tragen habe, Commander. Alenko, es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass Sie sich nicht mit Ihrem Commander anfreunden können. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich möchte nur nicht, dass Sie mich für einen Jammerer halten. Außerdem habe ich meine Vergangenheit in Ordnung gebracht. Sehr gut, dafür gibt es auch XP. Das freut mich. Wenn man sich mit seinen Teamkollegen unterhält. Hallo, XP, danke. Mehr braucht der Herr nicht außer XP, die mich besser und besser machen. Jetzt gibt es hier. Da ist nur er und dahinten gibt es wahrscheinlich auch nichts. Also gehen wir einfach mal zurück. Und ich glaube, wir fahren jetzt mal nach unten, um nach dem Waffen-Dude zu gucken. Da gab es ja einen. Und den möchte ich gerne mal fragen, was da so schön ist für uns. Vielleicht hat er hier ein paar kleine Waffen. Das wäre ja geil. So. Vorhin in der Sonne und des Mondes. Moin. Brauchen Sie Vorräte? Ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Sehr gern, Commander. Gar kein Problem. So, alles weg erstmal hier. Zack, 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 zack. Verkaufe alles, denn ich will eine neue Rüstung haben. Das wäre nicht schlecht. Boah, Alter, wie viel Zeug wir gefunden haben. Was ist hier los? So. So, gucken wir mal, ne? Mittelschwert Toriana. Äh, Schwer-Mensch. Jo, das sieht doch geil aus. Können wir uns was leisten? Na, selbstverständlich. Das ist da gar kein Problem hier. Ich höre das hier aus. Koppeln, das hat eigentlich keinen Unterschied. Eingeschränkt. Verarbeitet. Ich nehme mal das verarbeitete. Okay. Ähm, ein Sturmgewehr ist natürlich immer sehr geil. 62, aber es ist nicht so gut. Ich würde gerne mal ein Pistole haben. Nein, die ist nicht so gut. Mal noch andere Pistolen hier. Pistolen, Pistolen, Pistolen. Nee, nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut. An hatten Upgrade. Kann wir mal, äh, haben wir das schon? An hatten Upgrade. Okay, nehmen wir mal an. Und, ich gucke mal noch nach einem, ähm, ähm, Pistolen. Es ist, äh, besser als mein jetziges. Avenger 3 Selten, aha 2,3, 4,5 Nehmen wir nochmal Zack, danke So, dann können wir uns gleich mal ausrüsten hier Mit einem neuen Präzisionsgewehr Nehmen wir So, und eine neue Rüstung Die wir nicht tragen können, warum auch immer Wir sind noch nicht ausgerüstet hier Ähm Kampfpanzerung Schildboost, Erste Hilfe Schwere, ah, das schalten wir erst da frei Okay, dann Müssen wir damit noch etwas warten, wie es scheint Kommander, wie geht es Ihnen? Warum wollten Sie überhaupt Offizier bei der Zitadell-Sicherheit werden? Das kennen wir schon Gute Frage Ich hatte wohl mehrere Gründe dafür Ich muss gehen, bis dann, Garus Oh, leben Sie wohl, Commander Das kennen wir schon Äh, was ist los mit E-Rex? Jetzt sind wir also Saren auf den Fersen Es wird nicht mehr lange dauern Saren ist gut, aber ich bin besser Wir Gut? Er ist der letzte Dreck Ein Wahnsinniger Das wusste ich gleich, als ich ihn das erste Mal traf Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Hätte ich, wenn ich es für wichtig gehalten hätte Ich möchte mehr darüber erfahren Es ist schon eine ganze Weile her Ein Haufen Söldner erzählte von einem Job am Rande des Terminus-Systems Sie sagten, dass sie gut bezahlt würden und der Boss nie vor Ort sei, um sie anzutreiben Und sie sagten, dass er noch mehr Leute bräuchte Also habe ich mir die Sache angesehen Ich wusste nicht, dass Saren so offen Söldner anheuert Es war auch nicht so offen Er hat mich nur einmal sein Gesicht sehen lassen Wir hatten in dieser Gegend schon monatelang Schiffe aufgebracht, bevor wir diesen riesigen Frachter abschießen konnten Unsere bis dahin größte Beute Ich war an Bord, um die Leichen nach Wertgegenständen zu untersuchen und so ein paar Extra-Credits zu verdienen Und da habe ich ihn gesehen Was für ein Interesse hatte Saren an dem Schiff? Ich weiß nicht genau, was er dort wollte Er ging nur so durch das Schiff Er schien sich nur umzuschauen Ein paar Söldner sprachen ihn mit Namen an, aber er reagierte nicht darauf Er sprach mit niemandem Ich hatte kein gutes Gefühl, was ihn betraf Also machte ich, dass ich da rauskam Ich habe nicht mal darauf gewartet, bezahlt zu werden Was für eine Fracht war dort an Bord? Was hatte Saren dort gesucht? Keine Ahnung An Bord habe ich nur Nahrungsmittel und Medizin gesehen Es gab auch ein paar einfache Waffen Aber nichts Besonderes Wenn auf diesem Schiff etwas Wertvolles gewesen ist, habe ich es nicht gesehen Darum habe ich die Sache auch nicht vorher erwähnt Wem gehörte das Schiff? Es war ein Volus-Frachter Und zwar ein großer Mit vielen Wachen Aber gegen uns hatten sie keine Chance Und das war das einzige Mal, dass sie ihn gesehen haben? Ja Ich wusste nicht einmal, wer er war Und ich hätte es auch nicht erfahren, wenn ich mich nicht ihnen angeschlossen hätte Aber ich tat gut daran, mich auf meine Instinkte zu verlassen Alle anderen Söldner dieser Mission kamen innerhalb einer Woche ums Leben Jeder verdammte Einzelne Dann stirbt ihr Volk wirklich aus? Zumindest geht es uns nicht gut Wir sind zu weit verteilt Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben Viele Völker haben ihr zu Hause verlassen und sich weiterentwickelt Ja, aber nur wenn sie neue Welten kolonialisieren Wir sind keine Siedler Wir sind Krieger Wir wollen kämpfen Also ziehen wir los Wir lassen uns anheuern Und die meisten von uns kehren nie zurück Das kennen wir schon Kennen wir alles schon Wächst uns eine Problemchen